Was geht ab liebe Holsters und herzlich willkommen zu einem weiteren Apex Legends Tutorial und zwar zu den besten 20 Tipps und Tricks, die vielleicht nicht in jedem Video vorkommen. Im Anschluss findet ihr noch ein paar Informationen zu den goldenen Ausrüstungen und deren Perks sowie ein bisschen Bonusmaterial. Also bis zum Ende dranbleiben, gerne ein Like geben, gerne abonnieren. Viel Spaß! Starten wir gleich mal mit dem Absprung und zwar ist es ein fataler Fehler, straight nach unten zu gucken oder einfach geradeaus hinweg zu gliden. Man mag es nicht glauben, doch ein Reddit-User hat eine kleine Info bekannt gegeben, wie das Ganze richtig funktioniert und zwar ist es wichtig, auf eine Geschwindigkeit von ungefähr 145 zu kommen. Die seht hier links immer eingeblendet. Dann könnt ihr wieder gliden auf 130, 135. Dann ist es aber wieder wichtig, dass ihr wieder nach unten, also ihr müsst es das in Form einer Treppe vorstellen. Das Ganze ist hier oben eingeblendet und diese Bewegung oder diesen Ablauf immer und immer wiederholen und so schafft ihr es beispielsweise, wie in diesem Beispiel, als erstes gerade an wichtigen Positionen wie einer High Loot Zone zu landen und euch die Waffen aussuchen zu können, bevor ihr auf Gegnerkontakt stößt. Gerade am Anfang ist es sehr wichtig, sehr schnell zu sein oder sogar der Schnellste, denn man muss im Endeffekt schneller als der Gegner sein und das heißt, guckt euch gar nicht erst die Gegenstände an, die auf dem Boden liegen. Einfach drauf zurennen und die Aufheben-Taste spammen. In dem Fall der Playstation wäre es das Viereck. Einfach die ganze Zeit dauerhaft spammen. Wie im Beispiel jetzt, beispielsweise bei der Lootbox. Einfach öffnen, alles aufheben und weiter. Sortieren kann man am Ende immer noch. Ziemlich wichtige Funktionen, wird auch oft erklärt, ist gerade das Pingen und ihr könnt so ziemlich alles pingen. Beispielsweise in eurem Inventar könnt ihr einzelne Aufsätze, die euch fehlen, pingen. Jetzt beispielsweise ein Griff für ein Sturmgewehr. Ihr könnt aber auch Munition pingen, indem ihr einfach die Waffe anklingt und dann R1 auf der Playstation drückt. Dann wird angepingt an die Teammates. Du suche nach leichter Munition. Ja, seht ihr oben rechts immer. Was, by the way, auch nicht ganz unwichtig ist, viele Sachen lassen sich stacken, also aufeinanderlegen. Wie in diesem Fall sieht man aus seiner Munition, könnte man je 4 Packs mitnehmen. Bei den Granaten beispielsweise je 2 Stück mitnehmen, ohne einen weiteren Inventarplatz zu verbrauchen. Übrigens könnt ihr auf euer Inventar auch zugreifen, während ihr in Bewegung seid. Das heißt, ihr müsst einfach nur in Bewegung bleiben und währenddessen das Inventar öffnen. Ihr könnt dann aber nicht mehr variieren, in welche Richtung ihr geht. Habt aber die Möglichkeit, während ihr in eine Richtung lauft, unnötige Sachen einfach mal zu droppen, ohne stehen zu bleiben. Was auch nicht ganz unwichtig ist, ihr könnt in dem Spiel nahezu überall hochklettern. Dazu einfach die Sprungtaste gedrückt halten und nach vorne schauen. Und so könnt ihr ganz eben mal easy auf Häuser klettern. Was auch sehr actionreich gemacht ist, ihr könnt in diesem Spiel Türen eintreten, springen und die Nahkampftaste drücken. Was viele aber auch nicht wissen ist, dass man Türen mit Granaten aufsprengen kann. Beispielsweise an Gebäuden, wo sich welche drin verschanzt haben und keine Fenster enthalten sind, könnt ihr die Türen auch ganz einfach mit Granaten wegsprengen, ohne euch selber in Gefahr zu begeben. By the way, ihr könnt eure Gegner sehr krass triggern, selbst wenn ihr genockt seid. Denn ihr könnt Türen öffnen und schließen in diesem Zustand. Und ich hab's selbst erlebt, es ist wirklich sehr ätzend und sehr nervig. Und daher leistet eurem Team auch dann Hilfestellung, wenn ihr genockt seid. Triggert die Gegner, schließt die Türen vor ihren Nasen. Ich hab hier im Anschluss ein Paradebeispiel dafür, wie krass ätzend das sein kann. Oh, hinter mir. Okay, krass. Digga, mach's los. Digga, der macht die ganze Zeit die Tür zu, Alter. Der triggert mich richtig. Benutzt keine Seile nach unten. Nach unten springen immer schneller und sicherer, denn ihr fliegt einfach ein bisschen schneller. Und die Flugbahn ist auch nicht gerade gut einzuschätzen. Rutscht ihr auf einem Seil nach unten, seid ihr meistens sehr, sehr leichte Beute. Ihr könnt von jedem Seil, was ihr benutzt, abspringen, indem ihr die Sprungtaste drückt und somit vielleicht nicht allzu leichte Beute im Endeffekt seid. Wenn ihr nun Gegner erledigt habt und ihr möchtet sie looten, müsst ihr nicht unbedingt unmittelbar vor der Lootbox stehen. Ihr könnt euch Deckung suchen in der Nähe. Ihr habt immer einen bestimmten Radius, in dem ihr halt auf diese Lootbox immer noch zugreifen könnt. Also nutzt diesen auch und verschafft euch mehr Sicherheit dadurch. Auf diese kleinen Lootdrohnen müsst ihr Acht geben, denn diese versprechen euch in den meisten Fällen auf jeden Fall auch High Loot. Diese findet ihr ganz selten mal in Gebäuden stehen und könnt sie entweder zerschießen oder auch mit einem Nahkampfangriff zerschlagen. Falls ihr es in den Settings nicht ausgestellt habt, dann habt ihr immer eine Begleiterstimme. Und zwar redet euer Charakter mit euch. Es gibt da mehrere verschiedene Formulierungen, sowas wie Whole Squad Down etc. pp. Nichtsdestotrotz ziemlich wichtige Informationen, wie ich finde, denn nicht immer ist man in der Nähe des Geschehens. So, jetzt kommen drei Tipps auf einmal. Zwei davon sollten euch bekannt sein, denn einmal seid ihr schneller, wenn ihr die Waffe wegsteckt. Auf der Playstation ist das mit Dreieck zu tun. Dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal schneller laufen, aber ihr seid auch schneller im Sliden. Doch nicht nur das, ihr könnt im Sliden euch healen und eure Schilder aufrüsten, ohne an Geschwindigkeit zu verlieren. Und ich finde, das ist eine mega OP-Geschichte, denn normalerweise, wenn man sich healt oder die Schilder auflädt, dann kennt man es ja. Man wird verlangsamt und kann sich kaum noch bewegen. Wenn ihr euch aber im Sliden healt oder die Schilder aufrüstet, dann verliert ihr keine Geschwindigkeit und seid sogar noch schneller als im normalen Lauf. Und daher solltet ihr versuchen, das immer miteinander zu koordinieren, dass ihr euch niemals im Lauf hielt, sondern immer im Sliden. Jetzt kommen wir zu dem übergeilen Wiederbelebungssystem, denn es ist nun so, ihr braucht auch vor der Kiste nicht stehen bleiben. Wenn ihr die Chips aufsammeln wollt, ihr könnt an der Kiste vorbeilaufen, vier drücken und werdet ihn einsammeln, ohne euch in Gefahr zu bringen. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist völlig egal, welcher eurer Teammates den Chip aufnimmt, jeder kann euch wiederholen. Das heißt, es kann einer hinrennen und euren Chip holen und der zweite kann sich schon auf den Weg zu diesem Respawn-Bake machen und euch wiederholen. Und der dritte Tipp ist, ihr könnt auch mehrere Teammates an einem so einem Punkt wiederholen. So, einen herzlichen Dank an die Spieleentwickler an dieser Stelle nochmal, denn in den größeren Scope-Bereichen haben wir immer eine Entfernungsanzeige rechts. Ja, beispielsweise, wie sehen wir jetzt den unteren Punkt des Ballons an? Wird uns angezeigt, okay, 600 Meter, das heißt, wir nehmen jetzt den Punkt, also da steht ja 2, 3, 4, 5 und dann nehmen wir den sechsten Punkt davon und schießen drauf. Hier haben wir jetzt nochmal ein super Paradebeispiel, wir sehen Gegner, wir gucken erstmal 410 Meter Entfernung, suchen uns die 4, schießen und ein Safer-Treffer. Ja, also so kann man im Idealfall wirklich ein bisschen abhängen und ein bisschen snipen. Auch wenn es vielleicht nicht ganz so einfach ist, im Endeffekt funktioniert das Ganze aber safe. Abschließend habe ich noch ein paar Tipps für euch und zwar, ihr müsst euren Legend auf jeden Fall kennen, ja. Also das heißt, ihr müsst rausfinden, mit wem könnt ihr am besten spielen, ihr müsst aber auch seine Funktionen kennen und wissen, sie einzusetzen. Jetzt baue ich, äh, baue, 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 beispielsweise der Kautik, ja. Wie setze ich ihn im Idealfall ein? Das heißt, egal wo ich mit meinen Mates bin, um meinen Bereich zu sichern, droppe ich immer diese Gasbomben mit Neox Gas und, ähm, bin damit schon mal auf der safen Seite. Oder sehe ich, dass 2, 3 Gegner in unmittelbarer Nähe zu uns sind, ja, dann schmeiße ich seine Spezialattacke dahin und vergase die erstmal, damit die geflasht sind und mein Team angreifen kann. Und solche Fähigkeiten hat ja jeder der Legends und das Wichtigste daran ist, spielt am besten jeden Legend einmal, damit ihr auch wisst, was eure Teammates machen können, ja. Damit ihr auch mal reinrufen könnt, ey, Digga, schmeißt mal bitte schnell eine Healdrohne oder wie auch immer. Ihr müsst auf jeden Fall die Legends können und ihr solltet im Idealfall euren Legend besser als jeden anderen kennen, ja. Ähm, auch ganz wichtig ist, ihr müsst das Gunplay üben. Das heißt, es bringt euch nix, wenn ihr jetzt bis zur letzten Runde, äh, oder bis zum Champion euch irgendwo dahin kämmt und irgendwie wartet, dass ihr gewinnt. Und dann kommt auf einmal ein Team und ihr habt halt gar keine Ahnung vom Gunplay und, ja, habt verloren. Es ist also dementsprechend ganz wichtig, dass ihr anfangs einfach in Gunfights rangeht. Also, ihr müsst da spawnen, wo am meisten abgeht, um das Ganze zu üben. Zu den Perks der goldenen Ausrüstungen. Und zwar fangen wir mit dem Helm an. Äh, dieser bewirkt im Grunde, dass, äh, eure Fähigkeitsaufladung schneller vorankommt. Denn jede Fähigkeit hat einen coolen Downtimer, nachdem sie benutzt wurde oder auch vor der Erstbenutzung. Hat man diesen goldenen Helm nun auf, dann reduziert sich die Zeit. Die Rüstung in Gold, ähm, ist im Grunde sehr cool eigentlich. Man hat einen Gunfight mit jemandem, äh, der ist genockt. Man finisht diese Person nun. Automatisch wird das eigene Schild, was wahrscheinlich durch diesen Gunfight, äh, beeinträchtigt wurde, repariert. Das heißt, es repariert von alleine das Schild von einem selber, aber nur, wenn man seinen Gegner finisht. Ja, also bei jedem Finish, was man macht, wird die Rüstung repariert. Dann gibt es den Rucksack in Gold. Dieser bewirkt, dass man sich selber 50% schneller heilen kann. Und, ähm, zu guter Letzt gibt es das K.O. Schild in Gold. Und das ist in meinen Augen mein Favorit, aber auch genauso selten zu finden. Denn mit dem K.O. Schild in Gold kann man sich selber wiederbeleben, solange man noch genockt ist. Und, ähm, das ist schon sehr, sehr krass OP. Abschließend kommen wir nochmal zu ein paar grundlegenden Informationen. Bei Apex Legends gibt es maximal 100 Level bisher. Ich weiß nicht, ob es mal gepatcht wird. Bis jetzt kann man Maximum Level 100 erreichen. In diesen 100 Leveln kann man höchstens 45 Apex Legends Packs erreichen. Äh, oder bekommen. Ähm, ab Level 20 bekommt man nur noch jedes zweite Level ein Pack. Und höchstwahrscheinlich gibt es ab Level 50 dann noch einen kleinen Buff. Ähm, dann gibt es die wahrscheinlich nur noch alle 5 Level oder so. Ich habe es mir jetzt noch nicht genau ausgerechnet. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie das Ganze vielleicht aussehen könnte. Ähm, nichtsdestotrotz. 45 Packs ist Maximum und Level 100 ist bisher Maximum. Möchtet ihr einen eurer weiteren Legenden freischalten? Und zwar Chaos, Sik oder Mirage? Ist es ja nun so, dass man hier im Store unter Legenden schaut. Und man muss 12.000 von diesen, die, äh, Legend, äh, ja, Legenden-Token verdienen. Ähm, 12.000 Token erreicht man genau in den ersten, 22 Leveln. Das heißt, sobald man Level 22 erreicht hat, hat man genau 12.000 Legenden-Token erreicht, um sich einen der Legenden freizuschalten. Ähm, ja, logischerweise höchstwahrscheinlich die nächsten 12.000 Legenden-Token erreicht man dann bei Level 44. Ähm, zusätzlich, was ich immer noch sehr gerne mit dran hänge, sind die Herstellungsmetalle. Ich finde, es ist super geil gelöst in dem Spiel, denn ihr könnt innerhalb dieser Packs Herstellungsmetalle erbeuten, mit denen ihr wiederum fast alle Waffen-Skins und fast alle Legenden-Skins freischalten können. Ne, also ihr könnt jetzt beispielsweise hier auf den Chaosik gehen, dann, äh, sehr geil ist zum Beispiel hier der, äh, der, wo war der? Stein des Philosophen. Sehr cool, sieht er auf jeden Fall aus. Drückt auf Viereck erhalten und jetzt hättet ihr die Möglichkeit, mit 1.200 von diesen Herstellungstokens diesen Skin freizuschalten. Dasselbe gilt auch für Waffen. Ähm, sehr cool ist auch, dass man Abzeichen selber setzen kann. Also man kann hier die Plaketten ändern, die dann hier angezeigt werden. Bis zu drei Stück kann man hinzufügen. Je nachdem, äh, was man gerade freigeschaltet oder erspielt hat. Gewinne in einem vollen, fertigen Squad. Ein Spiel beispielsweise könnten wir jetzt setzen. Möchte man jetzt eine zweite setzen, kann man hier jetzt so machen beispielsweise. Das ist umsonst. Möchtet ihr aber Fährtenleser haben, das sind hier diese Statistiken, die überall angezeigt werden, müsst ihr diese ebenfalls mit Herstellungsmetallen freischalten. 30 Stück kostet so eine Freischaltung. Ähm, müsst ihr natürlich für jeden Charakter dann nochmal einzeln wiederholen. Ähm, ihr habt auch die Möglichkeit, eure Intros hier zu verändern. Ähm, passiert immer dann, wenn ein Squad vorgestellt wird oder hier bei jedem Kill. Was noch sehr cool ist, ihr könnt euren Finisher-Move verändern. Auch das wird ganz einfach mit den Herstellungsmetallen gemacht, die ihr wirklich aus, anhand der kostenlosen Packs, die ihr im Laufe der Zeit bekommt, also diese 540 Packs, erbeuten könnt. Also sehr, sehr, sehr cool. Chapeau. Äh, ich finde dieses Spiel mega, mega gut gemacht. Und ich hoffe, ihr seht das ähnlich. Ich hoffe, euch hat das Tutorial auch gefallen. Ich würde gerne demnächst ein paar Legend-Tutorials bringen, so wie ein Tactic-Tutorial. Ähm, also nicht so im Sinne von Tipps und Tricks, sondern eher im Sinne von Tactics. Wie hat man sich in einem Gunfight zu verhalten? Ähm, wie hat man sich im Team zu verhalten? Wo fängt man am besten an? Wo geht man am besten hin? Ähm, wie entscheidet man situationsabhängig? Wenn ihr Bock darauf habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann werde ich so ein Tutorial gerne verwirklichen. Ebenso würde ich gerne zu jeder Legende, äh, zu jeder Legende ein eigenes Tutorial starten, um deren Moves und Möglichkeiten und vielleicht auch da den einen oder anderen kleinen Tipp und Trick nahezulegen. Ähm, wie gesagt, schreibt das Ganze gerne in die Kommentare. Künftig sehen wir uns bestimmt in dem einen oder anderen Livestream. Ich hoffe es jedenfalls sehr. Falls ihr mich abonniert habt, gebt auch gerne ein Like nach oben da und bis zum nächsten Mal.